Wir hörten, was dir da passiert ist, also bringen wir dir eine Karte. Ich habe hier ausgeredet, dir einen Frag mich, ob ich beschnitten bin, Sticker zu kaufen. Dein Verlust ist uns zu Ohr gekommen. Wir wissen, du schaffst es doch. Denn das Teilchen, das sie dir genommen, sich schon immer gern verkrofft. Und obwohl es mehr ist, als du wolltest, hast du im Unglück dennoch Glück. Noch zwei Zentimeter weg und es wäre das ganze Stück. P.S. Kinder, eine Lektion. Wann immer ihr eine solche Karte erhalten solltet, müsst ihr euch unverzüglich dafür erkenntlich zeigen. Also geht bitte raus und zerkratzt den Lack von Marcis Auto für Daddy, ja? Klar, Dad. Nein, nein, jetzt wartet erst mal, ja? Ihr wisst doch, dass der von Marci der rote Brummer ist, ja? Sind wir dumm oder was? Na, rissen Sie sich! Ich glaube, hat er ausgeredet. Dann frisch ans Werk! Dann frisch ans und ganz. Dann frisch ans Handeln.